hallo und herzlich willkommen bei red dog gambit ich bin auf die jagd nach dem ticket und heute ist das handy spiel marvel strikes force ich werde es kurz downloaden und dann bis gleich da werden wir wieder jetzt noch schnell alles bestätigen was da kommt zulassen und dann mal schauen wie das spiel ist so wie es aussieht sind die guardian of the galaxy hier tor oder loki ist da dann ist tor bestimmt auch irgendwo dr strange der ghostrider den namen vergessen den kenne ich auch noch irgendwo her wie alt wie alt bin ich welcher ist heute exaktieren ich stimme zu da kann man nicht mal vor doch da überspringen jawohl ich weiß nicht wie lange die story dauert ich möchte erst mal das kampfsystem hier sehen ok mein erster hätte spiderman und ein schnittsanitäter na gut und Okay. Okay. Erste rundenbasierte Kenntnis hat. Schon mal gut. Luke Cage ist bestimmt ein Tank, sage ich jetzt mal. Weil der hat ja diese und durchdringbare Haut. Gut. Ja, er ist ein Tank. Okay. 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 Der Starktor. Überspringen und weiter geht's. Oh Elektra. Oh. 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 13 Drei Sterne, schön. Ich würd gleich gern mal wissen, wieviel Helden es dort gibt, muss ich mal gleich nachschauen, obwohl übrigens auch die X-Men gibt. Jöschön. Hmm... Dann machen wir noch mal einen Kampf. Ich denke mal, dann müsste ich auch schon gleich fertig sein. Also das Kampfverfahren finde ich ganz gut eigentlich, gefällt mir, die Grafik ist auch gut und die verschiedenen Angriffsarten sind auch ganz gut. Oh, der braucht Energie. Oh, der Kingpin. Hmm... Hmm... Oh, der Kingpin. dann schauen wir jetzt mal da ist doch die liste genau das wollte ich doch machen die zehn minuten sind auch vorbei so die liste, wen haben wir da? okkodei, okkodei, aimangreifer, aimforscher aimforscher, bull eyes bestimmt auch shite man, ant man haben sie ja deadpool gut den iron man auch, naja war ja klar shangarnath mattis magneto, die x-men miss marvel mystique, sieht die normal nicht anders aus ach, das ist mystique von die x-men war das oh, sogar fury kann man spielen ich glaub das kannst bei den anderen nicht spielen ranger rocket, yeah spiderman ant man aber den giant man haben sie doch nicht ant man und jello jacket hab ich glaub ich auch nicht gesehen ant man, giant man und jello jacket ist ja normal die gleiche person ant man ant man das ist doch nicht schlimm jo, ja gut, ich würd mal sagen das war's für heute das spiel gefällt mir ich glaub das will ja auch so dann noch weiter spielen und jetzt dann noch schnell das ticket abholen, einlösen, zack und fertig sind wir gut, ich hoffe ihr hattet spaß, ich würd mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid bis dahin viel spaß und auf wiedersehen, tschau 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 più qui tschau